Herzlich Willkommen, schön, dass ihr wieder da seid. Heute möchte ich euch mal ein Album speziell vorstellen. Warum? Wahrscheinlich, weil ich es ganz toll finde. So ist das. Ich zeige euch mal, wie das Ganze aussieht. Das sieht so aus. Matthew Halsell, Ante Gondwana Orchestra, Into Forever. Schaut mal, mir gefällt auch sehr gut dieses Cover. Mit diesem Into Forever, mit diesen Strahlen da drauf, hat was, finde ich. Das Ganze ist so dünne bis mittlere Coverqualität, aber recht stabil gemacht. Ist vernünftig. Innen drin auch ein kräftiges, leider ungefüttertes Inner Sleeve. Und die Schallplatte kommt ganz normal auf schwarzem Vinyl. Man sieht so aus. Diesen Künstler habe ich schon vor ein paar Monaten entdeckt. Der hat einige Scheiben draußen. Und es handelt sich dabei um einen britischen Jazzmusiker. Und es gibt diverse Alben. Und wenn ihr euch da mal durchhört, das ist quasi, ich finde, da ist fast kein Album wie das andere. Der probiert viel aus, ist sehr abwechslungsreich in den Alben. Und es gibt mega viel zu entdecken. Also ich glaube, wenn ihr da in ein Album reinhört und sagt, das ist nichts für mich, kann es aber sein, dass euch andere Alben sehr gut gefallen oder umgekehrt. Das ist mein absoluter Favorit von ihm. Es handelt sich dabei um einen Release von 2015 auf Gondwana Records. Und es handelt sich dabei, würde ich sagen, um R'n'B Jazz Soul. Das Ganze ja zusammen mit der Gondwana Orchestra, das hört sich jetzt an wie so klassische Musik. Es ist aber eher ein Jazz Ensemble mit weiblichem Gesang. Obwohl hier und da auch eine Geige drin vorkommt. Und viele Songs sind mit den Vocals und sind sehr soulig. Absolute tolle Tracks sind da drauf. Der ein oder andere Track ist aber auch ohne Vocals und sehr jazzig. Also weniger R'n'B'isch und soulig. Also auch hier in dem Album sehr abwechslungsreich. Und für mich das i-Tüpfelchen dabei sind teilweise sehr exotische Klänge, solche asiatischen Einflüsse. Ich weiß gar nicht, von welchem Instrument die hier gemacht sind, schlecht vorbereitet. Ob das eine Art Gitarre, Zitter oder Harfe ist, sowas in der Richtung. Die so einen asiatischen Flair da reinbringen. Und dieses soulige mit dem Gesang, dieses jazzige, dieses etwas andere asiatische Flair, das da so in Akzenten drin vorkommt, ist für mich musikalisch aktuell im Gesamtpaket als Album genau das, wo ich voll drauf abfahre, ganz ehrlich. Und ich habe sowas von dermaßen die Daumen gedrückt, dass mich das klanglich auch abholt. Dass das auch irgendwie, wenn man sich die Zeit nimmt, das in Ruhe als Album vor seiner Anlage zu hören, auch ein klangliches Erlebnis ist. Und bei Discogs war es irgendwie, hat keiner was richtig Gutes und hat auch keiner was richtig Schlechtes geschrieben. Also habe ich es drauf ankommen gelassen. Was soll ich jetzt sagen? Ding klingt mega. Ist mit Sicherheit nicht in meinen Top 5 bestklingelndsten Alben, aber mit Sicherheit eine Platte, die kann man auch auflegen. Dann würde jemand sagen, wow, das klingt toll. Also definitiv im oberen Bereich klang ich, sodass man richtig happy sein kann. Das bin ich auch. Was ein tolles Album. Was ein toller Klang. Wenn man auf hohem Niveau nörgeln müsste, würde ich sagen, es ist vielleicht im Bassbereich mir schon teilweise in Ticken zu kräftig abgestimmt. Aber nicht extrem, wie gesagt, nörgeln auf hohem Niveau. Ansonsten möchte ich euch das unbedingt ans Herz legen, da mal reinzuhören. Und wie gesagt, aber auch ein klanglicher Tipp. Hier passt alles. Wäre das jetzt noch ein schönes, schweres Gatefold, irgendwie mit innen drin ein paar Fotos oder so, dann wäre das wirklich unschlagbar. Und wäre dieses Album nicht 2015, sondern dieses Jahr 2022 rausgekommen, würde das sicherlich ganz vorne in meinen Top 5 der Releases des Jahres landen. Also ich hoffe, dem einen oder anderen gefällt diese Platte. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis dann, dann.